Es gibt viele, viele neue Impulse, viele Innovationen, sodass auch viele positive Signale von der ISPO ausgehen. Es ist auch deutlich geworden, dass die Branche stärker zusammenrückt, die Hersteller, die Händler, die Zulieferer, um Wege zu finden, um den veränderten Mütterungsbedingungen auch gerecht zu werden. Und das Letzte, sehr deutlich unterstrichen wurde, dass der Trend, sich selber um Gesundheit zu kümmern, sportlich aktiv zu sein, immer mehr zunimmt. Es gibt viele Initiativen, die Menschen zu motivieren und das ist sicher auch ein Wachstumstreiber. Das Letzte